Es gibt ein schönes Zitat, Wissen ist Macht. Ich glaube Goethe hat das mal gesagt und ich widerspreche dem, denn Wissen ist keine Macht. Nur wenn du dein Wissen auch einsetzt, dann wirst du wirklich mächtig. Und wenn du im Verkauf tätig bist oder in der telefonischen Kundenbetreuung oder vielleicht auch Coachings anbietest, dann solltest du dir klar machen, dass Wissen eine Säule ist im Verkauf oder im Customer Care. Doch es gibt noch zwei Säulen mehr als nur Wissen und die möchte ich dir gerne einmal vorstellen. Das sind die drei Säulen des Erfolgs. Es ist einmal, wie gesagt, die Säule Wissen, was du über dein Thema alles weißt. Also zum Beispiel Produktwissen, Wissen über Verkaufen, Wissen über Kommunikation, Wissen über Erfolg, über Psychologie, was auch immer. Das ist das, was du über dein Thema weißt. Als zweites die Säule Können, also alles das, was du kannst, deine Skills verkaufen können, kommunizieren können, anderen was beibringen können, wenn du als Coach tätig bist. Das ist die Könnensäule. Und jetzt kommen wir zu der wohl wichtigsten Säule in der Mitte und das ist die Säule Einstellung. Die Säule Einstellung ist dein Mindset, deine Werte und auch deine Motivation. Und ich habe hier mal ein bisschen was drunter geschrieben, was alles zum Thema Einstellung dazugehört. Nämlich Freundlichkeit, Zielstrebigkeit, Hartnäckigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrbarkeit bzw. Ehrlichkeit, echter Respekt, dass du verantwortungsvoll arbeitest, dass du selbstdiszipliniert bist, Selbstachtung auch hast, dass du dankbar bist und vieles mehr. Ja, nochmal, du kannst alles wissen, du kannst alles können, wenn du das nicht einsetzt. Wenn du zum Beispiel mega gut über Verkaufen Bescheid weißt, wenn du tiptop kommunizieren kannst und es dann nicht tust, weil du keine Lust hast, weil du vielleicht sagst, oh Mann, heute ist mir alles egal, Selbstdisziplin. Oder wenn du dir sagst, Mensch, gestern war ich auf einer Party, heute ist mir nicht nach Verkaufen, ich habe keine Lust heute zu verkaufen, was auch immer, dann nützt dir alles das, was du weißt und was du kannst, gar nichts. Ja, dann bröckelt dein Erfolg nur so vor sich hin. Und genau darum geht es. Wenn du erfolgreich sein möchtest im Leben, dann ist die Säule Einstellung sehr, sehr viel wichtiger als alles das, was du weißt oder was du kannst. Denn Fleiß schlägt Talent. Es gibt auch Leute, die können überhaupt nicht verkaufen, gehen ans Telefon und machen einen Vertrag nach dem anderen. Warum? Weil sie vielleicht einfach freundlich sind, weil sie zielstrebig sind, weil sie hartnäckig sind. Die wissen nichts von Verkaufen. Die können auch vielleicht gar nicht richtig gut kommunizieren, aber sie sind ehrlich, sie sind zum Beispiel selbstdiszipliniert und gehen da einfach durch. Die sind fleißig, rufen einen nach dem anderen an und natürlich, gesetzt der großen Zahl, schreiben die dann mehr als die Menschen, die viel mehr wissen und auch viel mehr können. Also nochmal, es kommt nicht darauf an, was du kannst oder was du weißt, sondern was du damit anfängst. Bist du zielstrebig? Bist du hartnäckig? Bist du vertrauensvoll? Bist du ehrlich? Bist du respektvoll? Und, und, und. All das sind Dinge, die du tun kannst, wenn du willst. Wenn du sie nicht willst oder wenn du es nicht tun willst, dann nützt dir auch alles Wissen und alles Können nichts. Also fang an, bei dir zu arbeiten. Fang an, selbstdiszipliniert daran zu gehen. Ansonsten wirst du wenig Erfolg in deinem Leben haben. Das kann ich dir in die Hand versprechen. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen aufrütteln. Nochmal, das beste Training nützt nichts, wenn du es nicht auch umsetzt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Dein Uwe.